Spann, ob das funktioniert. Oh ja, ich auch. Aufnahme läuft. Schon mal für den Fall der Fälle. Ja! WTF? Es geht! Ich lass das jetzt einfach mal. Ja, mach mal. Mal gucken. Erst mal überhaupt gucken. WTF? Was hier passiert. Ja, erst mal geht's um die Steuerung. Lädt. Bitte warten. Oh, ist ja süß. Bei mir steht Lädt Punkt Punkt Punkt. Bitte warten. Ja, ich bin schon da. Ja, bei mir ist das Bild stinkend. Ach, jetzt geht's weiter. Hall of Fame, ey. Ob der Club erwartet auf dich oder so. Ah. Sieht verdammt schick aus. Hm. Flachzange mit der Quetscher, alles klar. Das kann nur Rieg sein. Springt man doch mal? Äh. Ja. Nützt wohl nischt, wenn ich dir das sage. Also. Aber... Ich steh trotzdem scheiße. Das stimmt. Aber du könntest ne Bequetscher schonmal wegkauern. Wieso bin doch ich hier links? Ja, deswegen. Ach so. Boah, Alter. Idiot. Hahaha. Ja, ja. Etwa wie er typisch rieg. Nein! Oh, schade. Na ja, fast hat's ja noch geklappt. Nein. Jetzt steh ich auf den anderen Kacken. Ja, ich seht. Also sehe ich die Namen eigentlich nicht. Ach, Eierkraut. Ja, schön. Das soll ich mit dir hier machen. Was ist der Name. Wieso hast du 3, wie ein Mäh... Hä? Wie du was, ohne welche so einen Nappel. Äh, warte mal, wo war jetzt die Auswahl? Ach, dahinten. Welche Sch... ach so. Ja. Genau das gleiche Problem. Die Mucke fetzt? Ja. Din, din, din. Na gut, das war wohl nischt. Wo sollte die denn hingehen? Wo kaufst du denn da rum? Jetzt seh ich auch keinen Namen. Das sieht man nur am Anfang. Ah. Shit. Irgendwie kackt die Kamera hier bei mir rum. Seltsam. Kommt man sich da den Namen einblenden? Wieder ein Eierkraule. Ne, das ist so tief. Wie konntest du denn vorhin mal in den Namen bringen? Ja, das frag ich mich auch gerade. Na toll. Oh, Blutian? Okay. Ach, man muss da ranzoomen, wenn man die Namen sieht. Oh oh. Na ja. Fatale Anana, wie geil ist das denn? Ja. Guck mal wer da ist, Natursektfreund. Ja, ich hab hier alles. Ja, der Fette kommt da nicht hoch, ey. Meiner lacht noch aus. Das ist deine Terminator-Maske, was da so blockiert. Ja. Wie stellt man die Zeit nochmal runter? Boah, so nicht. Die Mucke ist fettig. Ja. Die sind voll die Eierköcherwürmer. Ja. 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 Schwabbel dich da mal hin. Hol diese Kisten. Ja. Das ist geplant. Bei dem Spiel habe ich keine Performance-Probleme, weil der, der davor war ein bisschen... Hm. Vorher hatte man Probleme mit dem Wasser immer. Ja, stimmt. Was? Pampers-Schnüffle? Ja. Aber Pampers wird mit A geschrieben. Wie? Ach, Pampers. Ja. Egal. Nein! Spring, du fettes Stück! Boah, aber netter Krater! Alter, Alter! Alter! Heftig Damage! Extra, extra! Re all about it! Brain here! Watt, wieso hellen die sich? Die haben sich geheilt. Gucken, was er da vor hat. Ey, das ist hier mein... Scheiße. Na, fuck. Hätte klappen können. Ja. Hatte ich nicht genug hier, obwohl ich schon so gewünschen Schädel hatte. Penetrator. Er ist dran. Der... Wie hieß der? Keine Ahnung. Ich könnte selber nicht auf ihn passen. Matur Bartikus. Oh Gott! Er braucht schon Gegner, weil wir uns selbst töten können. Ja. Vor allen Dingen bist du, die Mine schieß ich da vorne runter, da passiert ja nichts. Na ja. Oh, jetzt kommt er halt mit dem Jetpack, ey. Ach. Kann er doch nicht. Loll, schon verkackt. Haha. Hehehe. Hehehe. Hahahaha. Da muss das mal in die Materie wieder reinkommen. diese stimmt. Mega-mörser. We-tef. Was ist das? Der Megamower, sag' mal. Schaff'n die vorbeiderholen. Der Bürgerverdichter steht da hinten ganz allein. Der wär? Bürgerverdichter? Ja. Das Bildquetscher steht auch scheiße. Da muss halt der mit der Spau. Ja. Das ist aber stark erwähnt. Haben wir so gutes Crew animiert in dem Teil. Ja. Nein. Gut. Wo ist die Mini landet? Leute. Boah. Leute. Schaff'n. Bitte. Ja. Das ist ein Sekt. Bürgervernichter. vernichter war nicht so geplant ja doch super jub wo ich hab grad bock auf den gulasch kann und muss noch mal vorbeikommen geile erbsensuppe ja gegenwind gegenwind ist ja völlig uncool gehst du auf? ja ok ich glaube zumindest wenn alles funktioniert das wird ein lol ja wir merken echt dass wir schon ewig nicht mehr gespielt haben ja aber schon ganz gut weil Silke halt nämlich schießt dass wir sie nicht erhauen haben und dachte ne wir sind selber nicht so gut wenn wir jetzt wieder drei tage vorher anspielen und dann ja aber so ich kommt da wieder mit seinem Modermörse oder haben wir was Leute trifft da erstmal sich selbst das Ding macht da ist aber ein geiler Sound ja das stimmt ich soll auch gar nicht so leicht mit dem Ding zu treffen ich hab's noch nicht geguckt wie das überhaupt ist aber kann ich mir gar nicht mehr tun direkt ja komm der kann wieder nicht hoch ja musst du rückwärts halt hoch mach ich da probier ihn na das kann der glaube ich nicht dafür ist ja schon zu fett wo ist denn der in Mörsen hier rät oh starker gegenwind stark auch wieder nicht hier und mach's lol erst mal strange da oben oh das wäre da geil das geht voll auf die Börde alter ist aber machen die so riesen Krater wenn die ableben 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 hmm hmm das haben wir denn hier noch aber jetzt fängt das Spülchen schon wieder an ne ach du scheiße ich glaube ich erkenne es HAAAIN HAAAIN HAAA HALLELUJA BOOM LOL LOL HAAAIN 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 DAT kann man wohl Glück nennen ja was n was n das Ding ach war in der Kiste wa ne ne glaub nicht weiß ich nicht doch kann sein ja koppst du nicht aber ist ja nicht so pfett mach Mörser und strange nach oben hm hättste gern ich weiß oh bei dem Ding oh Bullshit ey hab wirklich viel alter auch nie gemacht ne hm welcome to the cheese house hm 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 los ja los m E Wir hatten uns mal ganz viele Kistenkriege oder so wie das hieß. Ach, da unten ist die. Ja, jetzt sehe ich's auch. Banana Bomb. Also hast du doch... Denk dran, du kannst den Timer umstellen. Ja. Genau, jetzt loslassen einfach nur. Ganz locker floppeln. Wie war denn das mit dem Timer da? Zwei Sekunden. 3, 2, 1! Oh! Hat funktioniert. Banana Bomb ist eindeutig die geilste Waffe. Ja. Boah. Ich weiß noch, als wir mal hier... Was? Die hat... die hat... die hat beide erwischt? What the fuck? Ich hab gleich wieder weggehauen mit dem Nenken. Chee-da. Ja, 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 ja. Alter, der kleine Wurm mit einer riesen Wanne an meiner Hand. Erstmal ran zu. Pass auf, dass die Banane dich nicht wirft. Aha. Lass sie zurückkommen! Oh! Das tat weh. Ja, ein bisschen. Ich find diesen Wassereffekt extrem gut gemacht vom 2D-Spiel. Ja. 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 Das ist wie ein Akkupro-Woll-Anteil. Nein! Gut, hast ein Hemd! Hohoho! Das ist Bombe! Da hast du keinen Schar gegen den Wasser. Na, du Idiot! Ich bin schon wieder... Ist auf jeden Fall der sauberste Wurm. Ja. Ja. So, welche Taste ist es jetzt? Die. Genau. Muss mir erst mal wieder eintülen. Echt. Ah! Tastenbelegung! Nein! Oho! Sehr schön! Premium-Unterwasserbombe! Boah, Glück gehabt! Boah! Gluck gluck. Mach da. Hm. Hmmmm... Das wird das wie ernst. Ich bin echt schnell drauf, der kleine Rohm hier. Ja, das finde ich auch irgendwie interessant mit den verschiedenen Typen. Oh shit. Oh, Glück. Ja, hol schnell ab. Ja, mein Terminator-Rohm, ne? Oh shit. Na! DÜSENJÄGER! Jetzt Baseballschläger. Ne, erstmal gucken, was haben wir denn hier noch? Oh, Dynamit. Dann werde ich ja nach rechts gesprengt. Haben wir nicht mehr, haben wir nicht mehr, haben wir nicht mehr. Nehmen wir doch. Aber ich habe so den Verdacht, dass das nicht geht. Oder doch? Boah. Alter, mein Wumms drauf, glaub jetzt. Ja, GZ. Ja, danke. Also mit vielen Dank für's. Schau mal da mal hin. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.